Dankeschön! Habt ihr noch Lust? Ihr müsst jetzt nicht heucheln, Leute! Habt ihr noch Lust? Also gut, es gibt ja Stücke, die sind so gut, dass sie aufs Album kommen und dann gibt's die anderen Stücke. Wollt ihr so eins hören? Ein anderes Stück, es ist so echt niedlich. Es passt auf den Arm und man kann's grauen. Ach, das ist doch Pudelsong. So ein knuffiges Stück, so ein bisschen wie Joko, wenn sie ein Lied wählt. Let's go! Schip bei Schineide! Schip bei Schineide! Der Pudelsong! Dies ist kein Lied vom Album, Dies ist nur ne kleine Gäseite. Der Bonus greift wie man heute hat. Dies ist kein Lied vom Album und warum reint sich nicht? Dafür war kein Geld mehr nah! Dies ist ein bisschen schlechter, du machst es nicht so hart, wie eure Anlage ein bisschen leiser. Du kannst nicht so laut singen, und wie fehlt noch die Erfahrung? Unterteilt die Nummer, es ist völlig scheißer. Wenn nieder Menschen werden, wäre dies hier der dicke Sohn und erfahrt. Nicht schön, aber nicht so weit, und wir haben eng als Zeit und Zeit. Nicht so weit, nicht so weit! Nein! Töke mich trotzdem! Hallelujah! Halt! Ich bin froh! 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 Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey!